Hallo zusammen beim angekündigten Projekt, dem neuen Projekt von mir. Let's play Fragile Dreams, Pharoons of the Moon. Ich bin wie immer euer Argnay997. Ja, es wurde sich gewünscht, dass ich ARG schreibe. Dumm, mach ich das, aber nur in diesem Part. Fangen wir direkt mal an. Und ich habe die Fresse. Am Ende des Sommer, das war all zu kurz, der altes Mann, mit dem ich lebte, verabschiede. Oh. Das war schon das Intro. Sehr kurz. Hm. Vielleicht werde ich etwas finden, das er hinterlässt. Es ist so dark, dass ich es gar nicht sehen kann. Wenn ich das Dome öffne, dann kann ich etwas Moonlight geben. Ja, also die Einführung bauen wir nicht. Die kann nicht. Also ich habe es ja schon gespielt. Und ich möchte dazu sagen, ich spiele das Spiel nicht plant. Wie ich es schon gesagt habe, ich spiele parallel das im Privaten auch nochmal für mich. Um einfach nicht ganz allein da zu stehen. Und auch zu wissen, wo was ist, damit wir hier vorwärts kommen in dem Part und ich nicht 10 Wochen, Jahre, Monate an einem Teil hänge. Oh. Daher. Mit geöffneter Kumpel kommt etwas mehr Licht hin. Dann, dann, dann. Okay. Wir sehen jetzt ein bisschen mehr von dem Raum, in dem der alte Mann mit uns gelebt hat. Beziehungsweise mit dem alten Mann. Da, da, da. So als Menü. Ich bin zu dumm für so eine Steuerung. Da wollen wir rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist zu dark going here. I need to find something the light the way. Okay. Okay. Für die Taschenlampe. Suchen wir mal. Also erwartet nicht, dass sich in diesem Netzwerk großartig wie in Sock Schäfer Sonic 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 Shadow der Hedger abgehe. Das würde nicht passen. Nicht zu diesem wunderbaren Spiel. Wer es sieht, soll es hinweisen gleich mal für euch, wenn ihr das Spiel aufspielt. Hier. Diese Glühwürmchen. Zeig euch an. Hier liegt etwas, was ihr aufheben könnt und nutzen könnt. Das ist relativ wichtig zu wissen. Und ich mache schon wieder das Menü auf den Spass. Zum Sichtdrehen. Bam, 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 bam. Okay. Gucken wir mal. Ah, ich muss ran zum. Geht noch nicht. Zoomen. Zoom brauchen. Zoom brauchen. Zoom brauchen um näher ranzugucken und sich das ganze anzuschauen. Man weiß, dass da was ist. Und ich habe halt Taschenlampe erhalten. Yo. 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 Da wir jetzt die Taschenlampe schon haben. Gehen wir wieder runter und können in den nächsten Raum. Der mit Zeit zum legalen Folge stellt war. Ich ahne nichts Gutes, aber fällt mir ein. Okay. Ihr müsst das ganze auch hören. Weil der Ton der WFB spielt eine Rolle. Mann. Spricht doch. Das hast du auch immer so toll gemacht. Im Testen. Okay nochmal. Diesmal machst du es. Habt ihr es gehört? Nochmal. Ich will, dass ihr das hört. Oh man. Jetzt war es da. Also ich habe es gehört. Ich hoffe, ihr hört meine WFB auch. Dass ich nicht der einzige bin, dass so nerdig hier sitzt und die Fresse ist. nicht mehr so neu in die Welt. Das wegerll Cardene. Sag ich war das genau. Ja. Es war das Ding. Dann bin ich nehm. Dann bin ich auch gar nicht bezüittälig. Da bin ich auf der Becken. Aber es wird aber schon besser und besser. Das denke ich meine WFB auch immer. Das nicht. Das ist so einfach. Aber es wird besser und besser. vorhanden vor allem die geringe warum bist du es nicht nicht um ok Köln 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 Treffen nicht jetzt aber Schüttel Schüttel hässlichen Maske 3 mit unserer tollen Nimmerwaffe falls wenn jemand gesehen hat ist ein Schock Hau Prozent 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 Nimmer muss und nicht antworten aber die Fähigkeit noch mal unsere perfekte Waffe mit der man jeden der jedes Abenteuer starten sollte ein Schock alle vernichtet ok der Wiff NEIN ich habe gespollert das habe ich gesagt da liegt wie wo sind NEIN von Every time you read this, I'll already be gone. Before, I didn't really care if I was dead or alive. I never considered myself worthy of living. And yet, I knew not even death could atone for my sins. You have no idea how hard it was for me to even write you this letter. It's strange, really, for having wasted so much of my life. Now, only the time I spent with you gave meaning to my worthless life. Only now do I regret that I didn't open my heart to you more. Why is it, as I say goodbye, that I'm brimming with so many things I wish I could have said to you? Please forgive this foolish old man. Head east of here, and you will reach a tall red tower. I can't promise, but there, you might find other survivors, besides yourself. When I am gone, you must go east. Now go. Ensetto. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017